Ach, das ist geil, das nehmen, das würde ich nehmen, da wo ist gut, aus Köpenick. Das ist mir klar, dass du aus Wannsee kommst, aber gut, dann bist du ja bei mir, oder naja? Wenn dir Köpenick gehört, ja. Du, Köpenick, mit den Köpfen, ich habe richtig Staus. Alles bei dir? Ach so, ach so, ach so. Nee, nee, ach doch, doch. Köpenick heißt ja Köpenick, Köpenick. Ach echt? Eigentlich wurde es mal mit 10 geschrieben. Ich habe richtig Sorgen, was? Wieso? Kann ich denn als Köpenick, ich bin ur Köpenick. Kannst du richtig machen, was? Voll komplett, äh, ach so. Ach so, 850. Ach so, Euro. Ich habe ja noch was vor. Ich habe ja noch was vor. Doch, ich sehe doch umgepimpt aus, oder? Sehe ich jetzt nicht mehr aus? Ja, das ist umgepimpt aus. Ach so, wie ist es mit mir voll katschen. Ich habe überhaupt keine Zeit. Ey, jetzt rein, bist du die anderen, ey. Erachtsam, wie? Nein, nicht eh, nee. Schüsse kannst du nur erzählen, aber nur kurz. Da wollen sie nicht kennen. Tschüss, tschüss, tschüss. Ey, bist du die anderen, ey? Ja, perfekt. Aber Edmund, ich brauche gerne schnell filter. Ja, mhm. Du musst ja uns deinen Behn erzählen, ja? Nee, 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 nee. Komm jetzt nicht mit dir mit, oder so? Ach so, echt. Du bist echt nicht. Heißt du mir? Ach du? Wie heißt du denn? Ich kenne eigentlich alle. Sag mal. Wie heißt du denn? Ich? Ja. Könnte ich jetzt auch. Nee, nur die Vornamen. Oder wenn du so ein bekannter Fisch bist, dann kenne ich deinen Namen vielleicht. Ich war mal richtig krass. Ja, sag mal. Ich kenne schon alle Außenmeldungen. Nö, ich habe da bloß meine Kamera bestellt. Ich habe auch mal mit dir gearbeitet. Du bist wie meine Cousine, die Soso. Ja, wie heißt die? Ich habe nicht, ja. Du musst mal Namen bringen, ohne Namen. Sie ist aber eine Hose. Sie ist nicht so schnell halt, aber sie sieht so hübsch aus wie du. Deine Cousine. Ey, meine Cousine, ey. Seid ihr ja, ey. Ich glaube, dass ihr nur für meine Cousine stehen. Ey, ich stehe überhaupt nicht auf meine Cousine, aber ey. Darf ich noch mal Feuer kommen, Mutter? Oder überhaupt nicht? Ja, ja, nichts. Hier. Das ist blöd, wie das hier. Ach so. Das sind die Feuer? Ja, da steht ihr. Da traut sie sich nicht. Jetzt traut sie sich. Ja, einfach. Hallo. Aber ich werde mit Taxi abgeholt. Ich darf das nicht verpassen, wenn du mich jetzt voll quatschst. Aber erzähl kurz. Ich darf es wirklich nicht verpassen, wenn du mich jetzt voll quatschst. Aber erzähl kurz. Ich darf es wirklich nicht verpassen. Und dass du irgendwie was schaffst. Krass, dass du die Macht hast in Köpenick. Nee, nee. Kannst du die Macht hast in Köpenick? Ach doch. Warte. Also, ich kann mal ziehen. Ach, der hat mir doch gerade getreten. Nee, nee. Zieh. Einmal ziehen darfst du? Als Berliner ist man irgendwie so. Ja, nicht, dass ich Aids habe. Egal. Nee, ach, ich glaube nicht. Im Notfall springen, ich denke, wie macht die Tür zu denn? Nein, alles nicht. Nein. Gut. Ich tue es los. Ich glaube, ich habe alles. Ich wünsche dir frohes Schaffen. Ich tue auch viel Spaß. Ciao. So. Und dir noch einen schönen Abend. Ja? Ich tue es los. Sonst verpasse ich es. Ich mache alle Hände. Ciao, ciao. Mach's gut. So. Das war meine Tanke des Vertrauens. Man sieht. Very good price and very good personal. So, wo wollen wir hin? Ich habe Infos erhalten über mein Telefon. Und die navigieren mich jetzt irgendwo hin. Schule. 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 Schule ist schon mal ein Hinweis für mich. So. Tschüss, Prefis. So, ich nehme euch mit heute, ja? Ich mache jetzt erstmal aus. Wir spannen ab. Ja, 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 ja. Mhm. Mhm. How's she? If you knew that would be dear to do, if you knew that would be dear to do... If you knew that- If you knew that- Vielen Dank.